Und damit moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Danielson, das hier ist das Game of the Empire. Wir haben heute was vor. Erstmal ein Hallo an den Chat, der auf der Seite neben mir ist. Hallo, liebe Leute. Wir spielen heute wieder mal Tales from the Borderlands. Wir sind am Ende der Episode 2 hängen geblieben. Mit einem richtig, richtig, richtig gemeinen, ähm, richtig gemeinen Cliffhanger. Hey, kleiner Dondry. Das funktioniert hier, glaube ich, nicht. Das versteht hier keiner. Ähm, aber auch einen kleinen Dondry an dich zurück, lieber Dendoroy. Ähm, ja, wir haben bislang zwei Episoden abgeschlossen. Ähm, ich schalte mal kurz um. Hoffe, dass er Ingame anzeigt. Jawoll, wie immer. Als allererstes Zero Sum, wo wir dieses coole Turnier hatten, äh, dieses, ähm, Rennen, ähm, wo uns Zero zu Hilfe geeilt ist. Dann hatten wir jetzt zuletzt Atlas ausgeraubt, wo wir am Ende gefangen genommen wurden und, ähm, ganz, ganz am Schluss Jack, Handsome Jack, unsere Kontrolle übernommen haben lassen. Ähm, und genau dort ist der Cliffhanger passiert. Deswegen starten wir heute richtig, richtig gespannt, ähm, in die Episode 3, äh, per Anhalter unterwegs. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie es letztendlich weitergeht. Ich kriege, glaube ich, erstmal wieder eine Rückblende. Prost, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Es geht der Filmabend weiter. So. Der gute Ladeskuchen-Simulator. Okay, okay, sit down, shut up, and pay attention. The Misfit Vault Hunters had discovered the secret location of the Gortys Project, but getting there wouldn't be easy. Hyperion had not forgotten about their renegade employees, and the native Pandoran wildlife was, äh, just getting to know them. They escaped with their lives, but not much else. Out in the Wasteland, the former middle manager discovered Handsome Jack riding shotgun in his brain while having a shotgun pointed at his head. Fancy meeting you two. A precarious position, to be sure, but nothing compared to the con artist. The price on her head had attracted all kinds of thugs and gunmen. Even a legendary Vault Hunter had joined the pursuers. You'd think that would have been the end of her story, but it turns out that even legends struggle with the demands of a personal life. Back on the trail of the Gortys Project, they found a wondrous hidden city, risen from the corpse of a ghost town. But, unfortunately, their moment of awe and victory was to be the advantage of their opponents. Taken hostage and forced to surrender the keys to the kingdom, they had to go all in on one last gamble. This chapter of the story begins with a questionable choice to trust Handsome Jack. So, you chose a bonafide nutcase over Fiona? Yes, he did. Uh, kinda overestimating Fiona's sanity with that statement. Being around you would make anyone nuts after a while. I'm starting to get that. I'm sorry, are you guys teaming up now? Because I kind of feel like you are. Why did you choose Jack when all of Pandoran recorded history would tell you it's a risky choice? We're talking about Handsome Jack here. He had a plan, plain and simple. Hey, I had a plan. It wasn't the greatest plan, sure, but it was better than trusting Handsome Jack. Being able to control the facility seemed like the way to go. You chose Jack because you're an idiot. There's no other explanation for it. Oh, ehrlich. Nochmal Reifen-Reifenwechsel. I don't suppose there's a spare for the spare. Well, if there is, I'm not changing it this time. We're close. We can walk it from here. Where the hell is here? Yeah. And why is it where we are? I'll tell you when I find what we're looking for. So, what happened next? Well, things started out fine. Hell to the king, baby! Hey, kid, what are you doing? You mean, I'm controlling the drones? Yeah, well, with my help, but yeah. Let's get killing, Cupcake. Reese? Come on, go on. I'm just standing here, holding this grenade. Reese? We have to get up there. Get us up there. Yeah. Sasha! Get us up there, Reese. Yeah, yeah, I got it. Okay. Come on, come on, let's go! Sasha, Bond! You made the right choice, kid. I'm really proud of you. Don't let it go to your hands. Hurry up, Reese! Yeah, hurry up, Reese! You're so... You're so... You're so... You're so... You're so... Wow! Oh, yeah! Watch it, Reese! Get all of them! Woo! This is insane! She's right! She's a woman, and she's right! Come on! I made my choice this time. Motorpot, I need your help! Sorry. My turn. My turn. Hey! Hey! Get ready to lick my boots, you raging douchebags! They're on our side! All right, enough of this! Wow! No, 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 no! More bullets! Ah! Don't worry, I laughed you on, pal. He's a little on the dumpy side, but I get... It seems like it would be a good fit for you. Oh, ho, ho. Oh, der Klinik. Er hat uns geholfen. Oh, cool. Okay. Schauen wir mal, was er so kann. Äh, Ziel erfassen. Äh. Ja. Nee, ich will eigentlich, will ich ja... Nee. Kann ich den irgendwie... Ah. Wer ist das? Will ich auch nicht. Ziel wird erfasst. Nein, will ich nicht. Ja, sieh mal einer, guck. Ah, das ist richtig. Na okay. Hmm. Ah! What? No! Dumpy! Dumpy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, kannst du uns helfen? Ja, und du bekommst. Woah, Junge, bist du, äh... Für den Rekord nicht meine Idee. Arschige Angelegenheit. Ja, ja... Ja! 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 Ah, okay. Gott. Musste das sein? Also, Lev. Wir haben uns offenbar nicht dafür entschieden, einer der beiden Leute umzeniten. Sie haben beide überlebt. Großartig. Oh, ne. Die kennen wir doch. Glaube ich. Im Titelbild schon gesehen. Valerie, die Nummer 1. 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 Nicht nennen es. Okay. Du bist der Kandidier dieser Ausfälle? Hey, du bist gut, Junge? Ich habe etwas schlimmer. Oh, genau. Du bist gut, Junge? Ja. Nein. Ich habe nur noch einen Blick zu dir. Da ist sie. Du erinnerst mich? Du erinnerst mich? Diese jäuern. Oh, sie erinnerst mich. Nein. Oh, das ist ein Eisko. Good an dich, Frau. Some nice last words. All right, das ist genug. Calm down, Finch. Sie ist derjen die hat meine Haare. Oh, komm, du. Du hast noch ein wenig left. Just... Just... Just let me shoot that girl in the face. Get back in the truck. You're being a nuisance. Me, too. But... Man, I didn't even... Man. So, was ist das, was du willst, exactly? Ja. Fi? Hmm. I see why you're Felix's favorite. Don't be surprised. I've known about you two for as long as you've been lifting watches. But I'm out 10 million bucks cause someone turned a simple deal into a complete shit show. Someone has to pay for that. Looks like we have a couple new contestants. Aw. This isn't good. Okay. Okay. I know how it looks. Things got a little messed up, but... Shut up. I'll deal with you later. I just wanna say I had nothing to do with this. Uh huh. Who's to blame here, Fiona? I want a name. Calm down, Hugo. No. No. I just... Look. I just need her to know. She's gonna say it was my fault and it's not- Give me a name. And you may- Vasquez. He's the one to blame here. Did she say me? Really? And none of this would've happened if he hadn't screwed up the deal. Oh, she's lying. She is lying, Valerie. Please, you have got to believe me. It's not my fault. Look. I know you're super pissed, but we've got the Gordy's thing and it is gonna get us a vault that is worth way more than 10 million bucks. Just like we told you. Everything is fine. We're fine. So this is what all the fuss is about. Yeah. Yeah. That's our little money maker. Huh? Then I guess I don't need you anymore. What? What? Na ja. Halt dich jetzt für nicht so schlimm. Und wer war eigentlich nochmal August? Weiß das noch jemand? Weiß das noch jemand, was August war? I don't need any of you. Ja, ne, richtig, ein Problem weniger. Not bad. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so passiert. Und das ist nicht so, wie es funktioniert. Sie putt das Gute in deinem Gesicht und du würdest all... Keep talking. The truth this time. Fine. Aber, wo war ich? Du war in der Mitte von diesem... I was getting Gordas back. Wo hat sie das Schild her? Und sie ist halt einfach Captain America. Was ist da los? Not here. We gotta go. This isn't over. You're the one leaving. Looks over to me. No. It'll feel much different than this. I'll let you know when it happens. Tell me, are you all just completely stupid? Woher sollen wir das wissen? Oh. Ähm, ziemlich sicher, August war ein Monat. Funny guy, Dandroy. Ähm, okay, August war der Handlanger, also der Blondie quasi, der mit unserer... Mit der Schwester von einem unserer beiden Charaktere am rumtütteln war. Okay, ich dachte, das wäre Felix, aber Felix ist ja der alte Mann, ne, den wir in die Luft gejagt haben. Das wäre wahrscheinlich die neutralste Antwort gewesen, weil die... Da kann keiner mehr was für. Okay. This is easily the most annoying contract I've ever taken. Oh, at least if it was an assassination, I'd have the pleasure of a kill at the end of it. Oh, well, I'm so sorry for the inconvenience. Who even hired you? A man named Felix. I normally don't divulge that kind of information, but he wanted you to know. He said to tell you he's sorry. What did he hire you for, exactly? Felix wanted me to pass along some knowledge. To mentor you. To help you survive. He felt you two had some untapped potential. You couldn't have told us this earlier? It's not exactly something you scream down an alley when you've got Valerie's goons running around. My work requires some discretion. Oh, discretion. When you say that, are you referring to the part where you were chasing us through Hollow Point, trying to behead us with your shield? If I wanted to behead you, it would have happened. Whoa, don't be mad we got away. We'll see how this goes. Keep an eye on her, Sasha. It's usually better not to say that stuff in front of the person you're talking about. Oh, is this part of the mentoring? I didn't know we were starting already. Look, I know you two have been through a lot. But I assure you I'm here to help. And I don't anticipate that'll be very long because when I feel the contract is filled, I'll be out of your lives. So let's just get through this. Well, welcome aboard, I guess. Thank you. So, uh, is he all right? Because that's not normal. Oh, that's fun for you. People just deal with grief differently. That's different. Not sure it's grief he's feeling. Oh, yeah, he's just going through some stuff. Hey! Don't do that. That's schon ein bisschen komisch. Oh, yeah. I think I got something. What you got? I don't know, but I found out there's an on button somewhere. You've been looking at that thing for, like, 20 minutes. Well, it's apparently very small. Initiating Gortis start-up sequence. Energy chassis required for vault of the traveler protocol. Loading coordinates for energy chassis. Gortis, activated. Happy birthday. What? Hi, wow, hey. Really great to meet you all. Gorti, sehr erfreut euch kennen zu lernen. I think I was expecting something... different. I'm sorry if you're disappointed. No, no, it's not that. You are the freaking cutest robot I've ever seen. Thank you. You're not so bad yourself. Meow. Awesome. 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 Oh, it was a robot this whole time. Yes, I am. That makes sense. Does that make sense? Yes, it does. Oh, cool. You've got another robot. It's very nice to meet you. How is your day going? It's a mixed bag. That's great. Variety is so important. Gortis, hi. Hi. Why don't you tell us a little bit about yourself? Okay, where to start? Now, I don't know every detail, but I was created by Atlas as a last-ditch effort to get to the riches of a vault to get a leg up on those Hyperion guys. Well, we are still number one. Atlas had facilities all over Pandora working on the pieces of me to get it done faster. But then, that lady made it a little more difficult to assemble by killing every Atlas employee. Well, how many more pieces are there? No idea. But the next piece we need is... Oh, that away! That would be interesting. This should be interesting. Yeah, Sachen gibt's. Everybody up and out! Come on, Slothpump! Time's all wasted! Ähm, der gehört nicht zu unserer Gruppe. Der gehört nicht zu unserer Gruppe. Nee, der gehört nicht zu unserer Gruppe. Äh, Gortis? Hm? Er ist, ähm... Ähm... Also, ich meine... Er fühlt sich, glaube ich... Anyone, uh, anyone wanna take this one? Oh, he's got, um, some stomach issues. Oh, I can see that! Well, hope you feel better! Hey, is there a video in this thing? Horv Daumen Ich bin ja glücklich, dass noch alle Charaktere leben, ehrlich gesagt. Schön, dass wir niemanden getötet haben mit der Entscheidung, Jack zu vertrauen Und das ist also das Goddess Project Es ist interessant Schon so ein bisschen cute WTF Musik in Borderlands ist auch immer richtig gut Ja, cool, dass wir niemanden umgebracht haben Gut, dass wir entkommen sind Gut, dass Cass jetzt tot ist Also ich meine, es war kein Verlust für uns Die spielen Pong auf der Uhr, die gleichzeitig ein Taschenrechner ist Denroy Wäre das nicht was für dich Sein zweiter Schuh Den er verloren hat Gut, dass sie ihn aufgehoben hat Ja, richtig nice Erstmal Tabletop spielen Wir sind offensichtlich eine ganze lange Weile unterwegs gewesen Das war's für dich 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 Um Das war's für dich Oh, du weißt, nur mir selbst Ich muss mich selbst aufhören, um diese Falt zu finden Du weißt, was ich meine? Alles klar Ich glaube, ihr gegenüber halten wir das erstmal für uns Reicht ja, wenn Vaughn das weiß Okay, Jack Du und ich müssen ein paar Dinge aufhören Oh, Mann, kann ich nur sagen Die Bandit-Douche-Bagse in den kleinen kleinen Pflanzen? Das ist das beste Teil meiner Zeit Ich bin so glücklich Danke, dass ich mir die Dronen kontrolliert habe, Kindle So viel Spaß Ich hätte es mehr Spaß gemacht, wenn du nicht versucht, zu töten, zu töten, meine Freunde Ich bin? Entschuldigung über das Ich muss mich aufhören, in die Moment Mhm Truth be told, es ist schwer zu erzählen, Freunde von Baddies Ja, ja Ihr alle seht wie Bandits Es wird nicht Es wird nicht Es wird wieder passieren Du bist richtig Es wird nicht Aber ich... Aber lass uns das hinter uns, hm? Es ist Zeit, um die Zukunft zu schauen Wir sind nur zwei unstoppable, intelligente Leute mit großem Haar Du und ich gehen, Baby High five! Warum ist dieser Mann mit ihm zu sprechen? Er geht durch ein paar Dinge Was ist das? Was ist das? Der Renchi lostet gerade Und ja, ich habe ihn absichtlich überdies keinen High five gegeben Und ich weiß, ich habe ein paar Sachen gemacht, aber wir sind ein Team hier, weißt du? Und du kannst sogar fragen, Athena Ich schaue mich immer für meine Team Also, ich frage dich einfach,信 mir hier Ich denke nicht Ich denke nicht Nein 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 Oh, das ist eine Schade Weil ich dachte, ich dachte, wir waren unsere Freunde Wir sind Wir haben deine Leben Und da hinten Und du noch nicht in mir Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich habe das Ich habe das mein ganzes Leben Ich weiß Ich versuche das richtig Und Leute einfach auf dich Well, Congrats, Du bist Die 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 So Ich hoffe, wir laufen wieder Ich habe das noch rechtzeitig gesehen Ich glaube, was ihr verpasst hat, ist eigentlich Eigentlich nichts Ich habe relativ zügig auf Pause gedrückt Ja OBS dachte sich, abschmieren ist gerade eine richtig gute Idee Wenn ich jetzt noch Ne Kriege ich mein Ingame Hallo Ja Okay Ich habe gerade noch gelesen, dass Leviathan meint Er fragt sich, ob Athena im Pre-Sequel vorkommt Das könnte sein Das könnte sein Ja Und das streamtot Okay, dann bei dir auch Ja, 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 ich bin wieder da, hoffe ich Ich bin wieder da Ich bin wieder da Ich hoffe auch komplett Ich bin wieder da Ich habe rechtzeitig auf Pause gedrückt Wir setzen einfach genau da weiter, wo wir quasi gerade aufgehört haben Also letztendlich ist Jack einfach nur verschwunden und dann habe ich auf Pause gedrückt Seid ihr alle da? Seid ihr alle da? Können wir weitermachen? Warte mal einen Moment, ob auch alle quasi da sind OBS dachte sich halt einfach Ah, fuck, bad shit Ich Schmeiße mich Raus Alles gut Okay, dann machen wir jetzt einfach weiter Ich habe wie gesagt, Jack ist verschwunden Ich habe relativ schnell auf Pause gedrückt Gut, wir machen weiter Ja 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 Das ist eine Maske. Was ist das? Das ist eine Identität. Das ist eine Maske. Ja. Was ist das? Das bedeutet, dass wir dich kennenlernen, wenn du es nicht hast. Vielleicht kann ich mich. Vielleicht finde ich einfach cool. Vielleicht bin ich verrückt. Es gibt viele Möglichkeiten da. Oh, ich kann dir sagen. Es sieht nicht cool. Nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist eine Art von dir. Das ist eine Art von dir. Wie du in dieser Hunde bist? Was ich sagen? Was ich sagen? Du wirst ein Wager machen? Ich mache keine Anwaltungen, wenn ich nicht die Ausnahme weiß. Ich denke einfach. Du solltest etwas weniger machen. Ich erzähle mich über das Dome. Ich habe es fertig mit dem Moment. Er kann dich in. Hey. Was? Er will dich über das Dome wissen. Well, das... Creepy- oder das... Pretty- oder? Alles. Das habe ich mir fast gedacht. Ähm. Ich hatte schon über meinen Anbieter geflucht. Wie gesagt. OBS ist einfach gecrashed. Einfach so. Für YouTube schneide ich das einfach zusammen. Was ist einfach so. Ich werde das einfach mal machen. Ja, das ist ein Schuss. Man, das ist verrückt, dass Reese's dir das alles funktioniert. Das ist verrückt, und verrückt. Ja, aber das ist verrückt. Es ist kein Schuss für uns. Er sieht glücklich. Hey, Schatz. Wie geht's das? Okay. Man sieht ein paar Modulieren aus. Ja. Wir haben jetzt quasi schon eine Roboterarmee. Ich weiß nicht, wie er ist. So nah! Das ist definitiv ein bisschen weiss. Was ist das Ort? Kennst du einen von diesen Plänen? Nein, tatsächlich. Das dann zu erfahren. Du, 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 du kannst nicht. Ich bin stark. Und ich werde das touchen. Weil ich so sehr spontan bin. Ich werde einfach Dinge touchen. Ich denke nicht mehr, ich werde einfach sie touchen. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen. So, hier geht's! Mit dem touchenden Teil. Ich werde das jetzt so touchen. Cool. Ich werde meine Fingern auf das. Der Erstgeborene? Hä? Mit einem neuen Körper? Oder wie meinst du das? Seine... Festplatte in einem anderen Körper gesetzt? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin davon ausgegangen, dass du nicht den einen echten Erstgeborenen von uns meinst, sondern den Loader-Bot. Bin mir sicher, dass es Saturn ist. Nur sehr, sehr klein. Der gute Saturn! Ja! Das versteht wieder keiner außer uns dreien. Hier gerade im Chat. Und ja, John Cena könnte es natürlich auch sein. Aber wenn es John Cena wäre, würden wir ihn nicht sehen. Das wäre ein Problem. Also kann es doch nicht John Cena sein. Sonst wäre er unsichtbar. Der gute Saturn. Wer wissen will, wer der Saturn ist? Der geht entweder in die nächste Großstadt und schaut sich um oder besucht unser Let's Play Together von Borderlands 2. Du siehst ja nur die Verkleidung. Ja, schon klar, dass ich nur die Verkleidung sehe. Achso, du meinst, weil er... Ah, wegen der Unsichtbarkeit. Ja, okay. Vielleicht, ja. Hey, was du... Was schaust du? Von sagt, er wird diese grossartige Plante äh... Eigentlich, Reese. Könntest du das? Ich bin nicht Angst. Nein, 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 nein. Ich will nur wissen, wegen der Wissenschaft. Aha. Oh, Handsome Jack. Hallo. Gut, dass ich ihn sehe. Äh, halt. Falscher Knopf. Jackopedia. Spezies Pflanze. Wahrscheinlich. Stamm? Keine Ahnung. Ich bin ja nicht reich geworden, um Sachen zu wissen. Gattung? Auch Pflanze. Essbarkeit? Nur, wenn man richtig high und dann richtig tot werden möchte. Aber hey, ist ziemlich eklig und klebrig. Ist also ein toller Party-Gag. Ich glaube, da fuckt einer mit unserem System. So? Was sah du? So? Ähm... Ne, lieber nicht. Oh, ja. Du willst das nicht bemerken. Äh... Sieht so aus, dass du dich an die Sachen für Tage hättest. Oh. Danke für die Hände. Ah, was? Eigentlich hätten wir ihn das... Eigentlich hätten wir ihn das... Ach ja. Eigentlich hätten wir ihn das anfassen lassen sollen. Dann können wir jetzt auch mal die Pilze angucken, ne? Das ist eine gute Idee. Jackpedia. Ne. Jackpedia. Ne. Das kommt davon, wenn man eine verrückte Person in seinen Kopf lässt und danach einfach wütend macht. Ja. Ähm... Warum kenne ich den offiziellen Namen dieses Pilzes? Nur weil ich ihn zerstoßen und geschnupft habe. Und zwar eine Menge. Ich habe davon Gefrierbrand in der Nase gekriegt. Nicht nachmachen. Okay. Und der leuchtende Pilz. Wir sehen wieder Jack da oben. Und hier ist ja noch... Ah, genau. Die gefrorenen Bäume. Es ist ein Baum. Ich meine... Warum skinnst du sowas? Es ist ein Baum. Er ist von Pandora. Also will er dich wahrscheinlich umbringen. Aber grundsätzlich ein Baum. Buchstäblich alles andere hier ist interessanter. Du machst mich echt fertig. Oh je. Gut, dass unser System jetzt so gut funktioniert. C... Was? Creepydotus... Sty... Styptikus? Okay. Oh wow. Dieser leuchtende Pilz ist etwas kleiner als die anderen drumherum. Das ist wirklich verflucht faszinierend. Hey. Kannst du... Kannst du mir einen Gefallen tun? Verpasst dir selbst eins mit dem... Mit einem Stein und versuch mich ohnmächtig zu schlagen. Damit ich den Teil nicht mitmachen muss. Ja? Mhm. Wenn das klappen würde. Vielleicht. Kristalle... Das ist alles? Jackypedia Kaleo Cristallum Haupteigenschaft Härte Slangname Schwengelsteine Ernsthaft? Sie sind der Hauptbestandteil von Engorge Ein medizinisches Ergänzungsmittel Das ich noch nie benutzt habe Und ich weiß auch nicht Was es macht oder warum ich davon spreche Wir können Athena scannen Ich hoffe das können wir jetzt gleich auch noch Geht so? Wie kommen wir in? Ich dachte du hast alles zerstört Huh Ich glaube ich habe diesen Was hätte du getan haben Wenn du ihn gefunden hast Reduce ihn zu rubbel Grind die rubbel zu dust Kill everyone inside Baumpilz Baumpilz Wissenschaftlicher Name Keine Ahnung Eigenschaften ist es ein Pilz der leuchtet Warum siehst du dir dauernd diese Dinger an? Wer interessiert schon ein verdammter Pilz? Red mal mit jemandem oder schieß auf was Ihr werdet noch vollkommen verrückt hier Oh je Das wird lustig noch mit Jack glaube ich Schrottiger Atlas Roboter Geschenk von Deinem besten Freund Jack Funktionen? Ich schätze du könntest dich draufsetzen Weitere Funktionen? Leute damit bewerfen Türstopper? Ich weiß auch nicht Du brauchst dich nicht zu bedanken Es ist ein Geschenk Da hat sich jemand vertippt mit Quote 4 Große Pilze Riesiger Pilz Wissenschaftlicher Name Boletus Musiker Eigenschaften Macht Musik Solange keiner hinguckt Musik Es klingt als Versuche jemand Ein klassisches Konzert Nur mit Mundfürzen nachstellen Dann haben wir noch Vaughn Vaughn 27 Buchhalter Bauch Beste Eigenschaft Bauchmuskeln Schärfe 7 von 10 Hauptsächlich wegen der Bauchmuskeln Persönlicher Ausspruch Jack hör auf Meine Bauchmuskeln anzustarmen Der Loader Bot Modifizierter BUL oder Bull Loader Alter Woher zum Teufel soll ich das wissen? KI total im Arsch Ich bin echt froh Dass ich nicht am Leben war Als die Dinger ein Selbstbewusstsein bekommen haben Ich würde bis zum Hals in Klagen Wegen fahrlässiger Gefährdung stecken Dann haben wir noch unseren Kleinen Den Gorty Funktionen wahrscheinlich irgendwas mit dem Öffnen von Gubbern Nicht Claptrap Also Meine Stimme hat sie So und jetzt haben wir hier noch Athena Können wir Müssen wir da erst rumgehen? Ich will gucken was er zu Athena zu sagen hat Und das ist nicht Athena Aber scannen tun wir sie trotzdem und schauen was Jack dazu zu sagen hat Sascha Alter 24 Heimatstadt Holopoint Beruf Banditin Schärfe 8 von 10 Plötzlicher Gedanke Wenn du irgendwas Sagen wir mal Unziemliches Mit ihr anstellst Dann sehe ich das Dann sehe ich das Behalte ihn also in der Hose Es sei denn du stehst drauf Wenn dir einer dabei zusieht Oder so Es soll Lötte geben? Die macht sowas an Nicht wahr Dendorol? Habe ich gehört Killerpflanze Klassifizierung Cool Status Ich will eine durchschnittliche Lebenserwartung Gib mir eine Größe Ich will sie mit Weisenkindern füttern Um Gottes Willen So, wo bist du denn Athena? Ja gut Mit Publikum ist es immer besser Sag ich mal Faye mit allen Mitteln Ich fühle mich, dass es das Die größte spannende Dinge Ich habe immer getan Aber dann wieder Ich habe es nicht mehr getan Ich brauche gerade Ich brauche gerade Ja Ich war ein Hatwack Back im Helios Hey Jeder braucht Hats Scheiß großes Tor Hersteller Atlas Modell Großes verschlossenes Tor Sicherheitsfunktion Es ist zu Nicht offen Wahrscheinlich ist etwas dahinter Da ist unser Loaderbot Was ist los mit ihm? Was ist los mit ihm? Was ist los mit ihm? Hallo Leute Wie geht's euch? LB Deine Brüder sind okay in diesem Kälte? Kein Problem Hatsch 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 Wow, ich bin so nicht verwendet. Es ist ein bisschen entschuldig. Hey, Roboter, was machst du? Hast du noch meinen Upgrade gefunden? Nein. Oh, ich verstehe. Hey, ich werde immer schauen. Wir finden es. Die beiden Roboter sind so super. Okay, lass mich wissen, ob ihr nichts gefunden habt. Ich werde immer umschauen. Schauen wir mal. Können wir mit ihm aussprechen? Dumpy? Wow. Der braucht Soundtreiber. Was warst du vorhin? Du warst nicht, wie, überprüft mich oder was. Warst du? Ich war nicht schrecklich. Ich meine, du hast mir nur am selben Moment gesehen, als ich dich sah. Oh, ja, klar. Egal, ob positiv oder negativ. Gute Einstellung. Ja. So, hier haben wir doch irgendwas, oder? Aber wo sind eigentlich Athena und Fiona? Ich meine, das ist ja eine großartige Sicherheitstür, dass sie mit so einem Schalter, dass der, der vor der Tür ist, aufgeht, aufgehen würde, wenn sie nicht kaputt wäre. Okay, wir müssen vermutlich... Ich glaube, es ist stark. Können wir bestimmt den Loader-Bot holen dafür, oder? Wir kriegen das doch bestimmt nicht hoch. Ja, das war klar. Ich glaube, wir holen mal den Loader-Bot dafür. Genau. Vielleicht sollte mir jemand das sagen. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass Gott hier einfach... immer die Wahrheit sagt. Yo-ho-ho, Loader-Bot. Könntest du hier eine Hand benutzen, alter Amigo? Mein Mensch braucht mich. Hey. 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 Hey, you-you okay? Not really. Do you remember back in junior year when we tried to get into that Kegatron 9,000 party blowout smash? Do you remember that? I think a bunch of the guys that interned at Torg threw it? It was in Turbodorms. Well, you're gonna have to refresh my memory. We went to a lot of parties. Well, one of us did. That's fine if you don't remember. So we're in line, no invites, and you just say, play it cool. Hey, then, man, I remember this now. The bouncers, they were gonna let me by, and you- Got stuck out on the curb. Yeah, that's right. That was me. Said they'd filled their nerd quotient. Hey, I didn't go in either. I'm not gonna leave my wingman behind. I was still really mad, though. I mean, you were just as much of a nerd as I was, which was hilarious, but you look like you do, so you could fake it. We were both wearing hackathon shirts. Yours was just all fitted and cool, and mine was, you know. You just need to be more confident. Yeah, you know, fake it and- And no one will know the difference. Yeah, I remember your pep talks. I've been thinking about them a lot down here, actually. Down here in Pandora, I've seen how amazing you are at all this stuff. I mean, hanging out with Vault Hunters, crazy Atlas technology, fighting insane mobsters. And you've just been playing it totally cool the whole time. So I- I guess- Look, I'm not gonna get left out on the curb again, am I? Left on the- Come on. It's you and me forever, bro. Whew. That's really great to hear. Honestly, I- I was all worried that you'd, like, I don't know, out- outgrown me or something. Hey, that's crazy talk. This place is just messing with your head. Let's find this gorgeous whatever and get rich, okay? Hell yeah. We'll do it. I hope that Warne's that irgendwann nochmal... ...danked. ...in dem wir uns nicht hintergeht. Alles klar, Mossi. Danke dafür. Dir auch noch einen schönen Abend. Awesome! Oh, you suck! Haha, we made it! Entrance this way! Boop! Uh... Oh, very good, Reese! Please? Vielleicht sollte Vaughn mit offenem Schirm rumlaufen, um sich besser zu fühlen. Das kann durchaus sein, weil ich glaube, wenn er so ausgesehen hat, hätte, ähm, vor dem Türsteher, hätte der Türsteher ihn bestimmt reingelassen. Wer hätte auch einfach Angst vor ihm gehabt. Bei diesen Bauchmuskeln, alter. Ja. 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 Gut Blech, mhm. Ansehen, Kleidung. Kleidung! Was hast du? Kleidung. Sieht, wie jemand das vorhin hat. Findet ihr was? Well, kind of. I mean, this place is Atlas, but it was some kind of terraforming facility. They were growing plants. I thought all you corporations were just about mass market destruction. I am not a corporation. And see, you learned something today. What about Gordas' upgrade? Is it here? I don't know if it's in the files yet, but a lot of it's been deleted, so that probably says something. Okay. Bangkoto. Ich vergaß, wir können mit ihr nicht scannen. Jetzt habe ich auch mal den Follow-Button gefunden. Oh, nee. Dann geht das gleich wieder los, oder was? Warten wir jetzt. Und tanzen. Dann auch dir. Danke für den Follow, Renji. Schön, dass du ihn auch gefunden hast. Schauen wir mal. Hier ist ne Kiste. Beute. Kriegen wir wieder Geld? Kohle! Hier comes the money! Lee wird dann offensichtlich auch den Follow-Button gefunden. Danke, Lev. Gut, dass du den jetzt auch gefunden hast. Ich schätze mal, du wusstest, wo er war. Hast ihn nur die Betätigkeit. Die beiden sind schon ein bisschen niedlich. zusammen. Was isst er da? Und ist das eine gute Idee, dass er das isst? What the fuck? Ich glaube, die Upgrade sind in einer dieser Melonen. Äh, ich esse diese, weil ich Hunger habe. Ja. Ich weiß. Oh, richtig. Schöne. Sing! Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur Melonen sind oder ob die Ihnen noch irgendwelche Nebenwirkungen verschaffen werden. Ähm. Also, kann das ja noch nicht so lange her sein, dass hier jemand war. Oh, hallo, Athena. Findet ihr irgendwas? Not yet. This place is disconcerting. How so? It's Atlas and nothing has tried to kill us yet. Mhm. Nothing here. Haben wir nicht das Geld jetzt gekriegt? Ich glaube, wir haben das Geld bekommen. Oh, Bastard. Es ist eine Arschlochpflanze. Um Gottes Willen. Atlas Extreme Latte 5000. Ist es noch nicht funktioniert? Hm? Warum? Atlas könnte sich voll von korrupten, murderlichen Bastards aber sie haben die besten Lattes gemacht. Nope. Ugh. Damn, Atlas. Anyone needs some new gear? Any weapons? No, no weapons. But there is stuff in here you guys might be interested in. Nein. Oh, ne. Wie cool ist das denn? War gerade ein so schönes Timing. Äh, ja. FIFA Phoenix für alle? FIFA Phoenix? Kostet 500, ne? Das ist dann quasi schon... Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Diese, diese kleine Fliege ist so ein Super. Roar. Kostet auch zu viel. Cyberpunked. Gibt es irgendwas, was wir davon kaufen wollen? Irgendwas? Jemand? Ich meine, das passt jetzt zu seiner Krawatte hier. Die können wir uns nicht leisten. Warns neue Brille ist jetzt eher semi-interessant. Ähm. Ihr die Brille aufsetzen ist... Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, eher nicht tun. Verdeckt so ein bisschen ihre... gut aussehenden Augen. Phoenix, oder was? Entflammbarkeit Plus, Minus, 100 Prozent. Hat sich aber keinen Hut mehr auf, ne? Also, Leute. Irgendwas. Irgendwas, ähm. Kaufen? Ich warte einfach mal auf eure Antworten und gehe in der Zwischenzeit mal ein bisschen rund. Es läuft uns ja jetzt gleich nicht weg. Das haben wir gemacht. Ich glaube, ich glaube, das technische term für das ist highly goddamn suspicious. Was ist das? Map. W-w-w-what kind of map? Unclear. The markings on it seem deliberately obscure. Oh, how fun! Like a treasure hunt map! Yeah, Gordis, something like that. But it doesn't appear to lead to anything, so I doubt it has anything to do with your upgrades. This is weird. I think someone's been living here. Don't worry so much. Maybe he'll be nice. Or she. Could always be a she. Spar dir das Geld für später. Hab mir fast gedacht, dass Lef das schreibt. So, hier oben war nix mehr, ne? Nur die Karte. Okay. So, dann haben wir hier natürlich noch Gordis. Gordis. Nachdem hier oben ist, jetzt ein zweites Mal abgeschmiert ist, habe ich mich mal dazu entschlossen, mal schnell einen Rechner neu stattzumachen. Jetzt muss natürlich der Bot erstmal kurz hochfahren. Das heißt, wir starten gleich weiter und ich hoffe, dass wir quasi da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Danke. Willkommen. Erneut willkommen. in dem Stream, Leute. Schön, dass ihr noch alle da seid. Ich sehe euch nämlich alle jetzt gerade in dem Bot, der hochgefahren ist. Mein Gott, ist das gerade ätzend. OBS ist richtig anstrengend gerade. So, aber jetzt, wie gesagt, ein Rechner-Neustart gemacht. Ich hoffe, das hat er alles übernommen, wie ich wollte. Jetzt starten wir nochmal Steam. Das ist großartig. Das läuft heute richtig rund. Sollte ich häufiger machen. Ich hoffe, euch stört das genauso sehr wie mich. So ein Mist. Ja. Auch dir danke, Lev. So, was ätzend ist heute. Kann ja auch nicht immer alles rund laufen. Wäre ja zu einfach. Ach, Mensch. So. Okay. Ich bin im Steam wieder online. Jetzt verschiebt er gleich beim Start des Spiels erstmal alle meine Panels hier. Ne? Bin ich noch da? Funktioniert noch alles? Ich hoffe, es funktioniert noch alles. Ihr müsstet vielleicht schon, äh, doch, die Musik müsstet ihr schon hören. Ja. So, und ich hoffe, wir dürfen da einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sonst wäre das richtig, richtig ärgerlich. So, ich muss den Bot hier links nochmal verschieben, bevor wir starten. Äh, zack. Damit ich auch sehe, was im Chat passiert. Ich höre nix. Du hörst nix? Hörst du echt nix? Du musst eigentlich das Desktop-Audio hören. So, wir schalten mal um. So, hokus pokus. Da sind wir. Also, hört ihr jetzt den, äh, in-game Sound? Oder hört ihr den tatsächlichen nicht? Jetzt müsste einfach nur ein bisschen Musik laufen. mal kurz das Feedback, bitte. Generalhörd. Warum hörst du das nicht, Renji? Was ist da los? Oder ist es einfach nur zu leise? so. Schauen wir mal, wo wir landen. Ich hoffe, wir landen genau da drin, wo wir eben gerade aufgehört haben. So was blödes heute. Großartig, Renji. Das ist natürlich super. Okay, wir landen quasi kurz davor. Das heißt, wir machen einfach jetzt schon schnell Run rein und, ähm, machen die schnell die Tür auf. Verdammt, es ist kalt. Mann, es ist verrückt, dass wir das Ding funktionieren. Das ist ja nicht so weit. Ja, aber schau mal an. Es ist kein Gefahr, zu uns. Er sieht wirklich glücklich. Hey, Junge, wie geht's? Okay, sieht es aus, der Vosemodulator könnte ein bisschen Arbeit nutzen. Da fehlen eindeutig die Soundkartentreiber. So, äh, wow, so viele Pflanzen hatten wir genommen. Ich habe nie so viele Pflanzen in einem Ort gesehen. Tja, die Natur zu schreiten. Ich habe hier nicht die Chance zu haben. Wollen wir Wollen wir Wollen noch mal in die Pflanze greifen lassen? Ich habe nie gesehen wie es vorher. Ähm, in die Pflanze greifen lassen. Und das ist, wo die Upgrade-Thingy ist? Wir sind so nah! Das ist definitiv ein bisschen weirrt. Was ist das Ort? Hast du einen von diesen Pflanzen? Nein, eigentlich. Folgen wir mal. Ah, da war Athena. Die wollten wir auch noch mal scannen bei der Gelegenheit. Mensch, das war ja als wäre das geplant gewesen. Äh, können wir von hier aus offenbar nicht. Na, komm. Okay, all right, hier wir gehen. Hey, was du schaust? Von sagt, er wird diese grossartige Pflanze. Äh, eigentlich, Reese, könntest du das schanzen? Ich bin nicht schaust. Ich möchte wissen, so, das wird lustig. Mal gucken. Vielleicht ist es auch richtig, richtig langweilig. Ja, bla bla, Pflanze wahrscheinlich, keine Ahnung, aber hey, ziemlich eklig umheblich ist, äh, toller Partygag. So, was sah? So, pass es an. Ja, sollte definitiv es touchen. Cool. Ha, hier geht's. Oh, 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 es ist einfach, oh, stark. Oh, es ist, oh, Mann, ja, danke, danke, großartig. Ja, es wird nicht rauskommen, hilarious, schade. Komm, mal. Ach, es ist eigentlich so ein Spielverderber. So, da ist Athena. Können wir sie scannen? Offenbar, können wir sie von hier nicht scannen? Ah, können wir sie von hier scannen? Oh, verletz! Halt! Ach, bleib doch hier. Ähm, da ist Athena. Ne, das ist nicht Athena. ich dachte, sie wäre dahinter. Haben wir jetzt wieder nicht scannen können? This place is cool! So, wie kommen wir in? Ich dachte, du hast alles verletzt, Atlas. Hm, ich glaube, ich habe diesen verletzt. Was hätte du getan, wenn du es verletzt hast? Reduzte es zu RUBBLE, schraube die RUBBLE in Dust, töte alle in den Hm. Ich bin über die Pläne, aber. Ich habe eine Atlas-Fazilie wie diese. Ja? Ich denke, vielleicht wird es nicht dein usuales, reduziert es zu Ruhm, etc. etc. Alter, so Anfang 40, schätze ich. Liege ich da weit daneben? Beruf? Früher krasse Kammerjägerin, derzeit Banditin. Aha, sie war eine Kammerjägerin. Ja, das bin nicht ich, Renji. Das ist Jack, der uns das quasi in den Kopf setzt, weil unser System ist ja von Jack überschrieben. Das ist Jackipedia. Also Handsome Jack eigentlich, der mit dem Mutfetisch. Hinweis, irgendwie vermisse ich sie. Sie war echt gut im Banditentöten. Dafür habe ich Respekt. Also scheint sie tatsächlich eine Menge Vergangenheit mit Jack gehabt zu haben. Interessant. Interessant. So. Ähm, achso, Danderoy oder Lev. Könntet ihr Jades Doppelposts rauslöschen aus dem Discord? Also die letzten beiden, die kommen quasi. Hey, den ursprünglichen einfach drin lassen. Hallo. Das wäre super nett von euch. So. Hallo. Das ist ja eigentlich nichts. Achso, ja. Hey, ihr habt euch wissen, ob ihr nichts findet. Okay? Ich werde immer wieder rumschauen. Ähm, es ist ja quasi nichts passiert, als wir mit ihr gesprochen haben. Keine Entscheidung, wie sie sich verändert hat oder sowas. Danke denn, Roy. Dann brauchen wir die ganzen Gespräche nicht nochmal mit denen machen. Wobei, eine Sache hätten wir, hätte ich gerne noch. Das haben wir letztes Mal anders gemacht. Ich würde gerne wissen, wie sie darauf reagiert. Erstens dachte ich, es war zu lange, um ein TIE zu sein. Und dann habe ich mich in seine Hand gebrochen, und dann habe ich keine Ahnung, was wir machen. Und dann habe ich keine Ahnung, was wir tun haben. Unheimlich. Unheimlich und charmant. Es ist ein TIE zu sein. Was warst du, was die meisten Menschen lachen? Was warst du, dass du mich vorstest? Du warst nicht, wie, scannt mich oder was, warst du? Du sahst, wie, dass du Spaß hast. Es war schön. Ha, creep. Ja stimmt, Vaughn müssen wir noch abgrasen. Hey Vaughn, dieses Atlas-Place ist ziemlich cool, huh? Ja, ich glaube. Oh, bist du okay? Können wir einfach einen Weg in den Dome finden? Yohoho, Loderbata. Könntest du hier eine Hand benutzen, alter Amigo? Mein Mensch muss mich. Mein Mensch muss mich. Mein Mensch muss mich. Hey. 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 Hey, du, du okay? Nicht wirklich. Und dann wachst du, wenn wir in der Kegatron 9000-parti-Blowout-Smatch test waren? Du wachst das? Ist das, ich glaube, ein paar von den Leuten, die in Torg interniert hat, durch es? Nun, du musst mich aufmerksam machen. Wir sind ein paar Party. Well, ein von uns hat. Das ist gut, wenn du nicht erinnerst. Also, wir sind in der Reihe, keine Anwaltungen, und du sagst, mach es cool. Hey, dann, ich erinnere mich das jetzt. Die Bouncers, die wir zu lassen, und du... Got stuck out on the curb. Ja, das ist richtig, das war ich. Sie sagten, dass sie ihre Nerdquotienten haben. Hey, ich bin nicht in, oder? Ich werde meine Wingman hinterlassen. Ich war immer wirklich verrückt, aber... Ich meine, du war nur so viel Nerdquotient wie ich war, das war lustig, aber du sahst, wie du, also du kannst es machen. Wir waren beide mit Hackathon-Shirts. Du war einfach alles fit und cool, und ich war... Du musst nur mehr aufmerksam sein. Ja, du kannst es machen, und... Und niemand will know the difference. Ja, ich erinnere deine Pepp-Talks. Ich bin sehr viel über dich da hier, eigentlich. Da hier in Pandora, ich habe gesehen, wie großartig du bist, all diese Sachen. Ich meine, du gehst mit Vault-Hunters, der verrückte Atlus-Technologie-Teknologien, und du hast mit den Möbster-Teknologien, und du hast es einfach total cool, der ganze Zeit. Also, ich... Ich glaube... Ich werde nicht wieder auf den Körb wieder sein, am I? Okay. Okay, komm, dann können wir jetzt endlich reingehen. Nice work. Okay. 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 Oh, sehr gut, Reese. Push the button. Go inside. Go, go, go. So, müssen wir irgendwas drinnen noch ansprechen? Also hat drinnen noch irgendwas sich verändert? Ich glaube nicht, ne? Ja. Es war alles nur Infos, die wir bekommen haben, die wir aber auch nicht zwingend brauchen. Ähm, vielleicht Dumpy könnte vorbeigehen? Klong. Ich glaube, das bedeutet, dass wir sicher sind. Danke, Mann. So, meine Upgrade ist neben mir. Sorry, wenn es ein bisschen spät in hier ist. Das ist gut. Ja. Okay. Also machen wir hier mal die Beutetruhe auf. Code 1 an dieser Stelle. So, und dann mal hier drüben da glaube ich auch noch irgendwas. Nichts hier. Okay. Und das war, glaube ich, nur die Kaffeemaschine. Das war der Quatsch. Ähm, der Loader-Bot und die Karte. Ich glaube, das ist technisch. Das heißt, das ist sehr gut. Das ist unheimlich ischwaschisch. Was ist das? MAP. Was ist das? Was ist eine Art karte? Das ist unheimlich. Die Marken auf denkarten sind verbreite pengerlich. Oh, was eben ben bueno. Wie eine Gordes-Karte. Ja. Gordes, irgendwie so. Nein, aber es erscheint nicht, dass es nichts zu tun ist, also ich weiss, dass es nichts zu tun hat mit deinen Upgrades zu tun hat. So, und hier sind wir das letzte Mal ausgestiegen. Bist du sicher, dass dein Upgrade hier rund ist? Ich bin positiv, dass mein Energiechassi hier ist. Irgendwo, in der General-Massade. Ich... Wir werden es finden. Es wird glücklich sein. Oh, danke. Ich werde einfach... fortschauen. Ähm, ich glaube wir müssen dann doch mit den Leuten alle quatschen. Hat er Glück? Nein, aber Reese hat herausgefunden, wo wir sind. Oder zumindest, was dieses Ort war. Eines Kindes der Top-Secret-Atlas-Biodome. Nicht viel anderes im System. Eines Kindes der Gordas-Upgrade? Nicht noch, wir werden weiter schauen. Mhm, 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 mhm. Das wissen wir. Dann haben wir hier noch die Klamotten, die wir ansehen können. Weil hier jemand offensichtlich ist. Und was hast du? Klauze. Zorys. 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 papers. Zorys. Zorys. Zorys you. Dann haben wir ja die hier noch. Sie haben die komische Füd. Und hier? Findest du brauchst einen... Drake-Fruits-Staterial. Zorys. Zum Hauses. Kafe午. Kann ich sie noch einen propregen davon haben? Auf die einzige, nowse, Alten. So sicher, wenn du Tüchern willst. Das ist witzig. Ich glaube, jemanden hat hier geschaut. Don't worry so much, maybe he'll be nice. Or a she. Could always be a she. Oops. Oh, bastard. So, und die Kaffee-Maschinen, aber dann... Atlas Extreme Latte 5000. Ist es noch funktioniert? Warum? Atlas ist vielleicht voll von korrupten, murderigen Bastards, aber sie haben die besten Lattes gemacht. Nein. Ach, schade Atlas. Ähm, Worn. Kiste, die Kiste haben wir ausgepackt. Der Roboter steht da nicht mehr. Aber natürlich unser Gordy. Gordy. Äh, Gordy. Gordy! Nicht töten mich! Bitte, bitte nicht töten mich. Ich habe dich nur gesehen. Ich habe dich nur gesehen, nur gesehen, das ist alles. Ich versuche, ich bin komplett schade. Es gibt absolut keine Chance für dich zu töten mich. Ich versuche dir. Du wirst, dass die mehr du uns nicht töten dich, die mehr es scheint, ist, dass es genau die richtige Idee ist. Keine Person töten sich jemanden. Aber du musst dich aufhörtern oder aufhörtern deine Medien, okay? Natürlich. Natürlich. Ich versuche, ich nur nicht, äh, schade mich zu viele Menschen auf meine... ...travelungen. In der Fall, ich würde es lieber machen, nicht zu machen. Hey there! All right, two things. You're A, really weird, and B, obviously hiding something. What is it? I, I just, I, I, um... Very well, young lady. You win. Das ging schnell und einfach. I'm on run, you see. I have lost everything. My wife, my son, my cat. I did not lose them in that order, though. I lost my wife first, then my cat, then my son. So, wife, cat, son. You ever thought of becoming a professional storyteller? Because I gotta tell you, your sense for crucial information is just... Reese. Forgive me. It's been a long time since I've enjoyed human contact. Perhaps I've forgotten how to talk to people. You must understand, I've suffered months of wandering, isolation, skulking from one location to the next, broken, ashamed, homeless. I got here, to this place, only minutes ago. So... I'd ask that you leave me now, to my demons, and go. It's up. That's a sad story. But I still don't trust him. Me neither. I do! Is that dumb of me? I found a stash of drake fruit. From where I'm standing right now, it kinda seems like you were eating some earlier today. Which makes your story of having just arrived here a little, you know, suspect. Actually, you know what? Screw this guy. I mean, look at him. He can't even eat fruit without splashing juice all over himself. His clothes are terrible, and his cat probably sucked. What could he possibly know that would help us? Let's get out of here. For your information, my clothes are entirely functional. And my cat may have sucked, but he was the finest sucky cat on this godforsaken rock. But you're right about the juice stain. That's totally indefensible. I'll tell you what you want to know. Follow me. I am not the bunker within that jungle. I suspect it contains the upgrade you're looking for. I wish I could tell you more about what's inside, but I was never brave enough to check. The problem, your problem, is the Atlas automated security system that surrounds said bunker. Isn't it always? If I were you, and in this instance I'm relieved I am not, I'd gain access to the security tower, which is... there. Huh. I can get in and disable the security systems. Easy. Not easy. Not at all easy, but your best option nonetheless. Automated security system, huh? Huh. Just realized the acronym for that is ASS. Ha! Yeah, that's probably why no one calls it that. Hey, Reese! Guess what we're gonna do? We're gonna disable Atlas's ASS! Ha, 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 ha! So good. What kind of defenses are we talking about here? Oh, the usual medley of turrets and laser grids. Self-regulated, self-controlling. All lethal, of course. Rhys, that sounds like something you can handle, right? Please, in my sleep. So we're done talking, then? We can actually go secure this upgrade now? Fiona, while Mr. Robot Eye here hits the security tower and hacks the defenses, you and I will infiltrate the bunker and grab the upgrade. Let's get this gorgeous piece and get out of here, huh? Was that sarcastic? No, I'm serious. Was that sarcastic? I'll go with Rhys to make sure he doesn't get into any trouble. It's a simple hack. You want to know how simple? I look at it and it hacks. You don't need to put yourself in danger. Oh, if it wasn't for me and Fiona, you'd be skag food. How many times now? You need me. Yeah, yeah. So, uh, I'm just gonna be here, uh, hurting and doing stuff if anyone needs me. There's a lot of stuff I can do, right? Huh? I mean, I don't have a robot eye. I'm not a highly trained assassin. Also not particularly charming, but I can still do stuff. Yeah, I can do it. I'll figure out something to do back here while you're gone. Have fun, everyone. Being awesome, I guess. Hey, do me a favor. Watch that guy. I don't trust him as far as I can throw him. I doubt you could throw him at all. He's probably much heavier than he looks. That's kind of my point. Ah, got it. Alright. Everyone knows what they're doing? Yeah. And with a plan like this, what could possibly go wrong? Nein! Das hast du nicht ernsthaft gesagt. Nein! So, despite my incredible leadership efforts going unnoticed, Sasha and I went to go brave the catwalks and find the security station. How are you not permanently damaged from all this brain trauma? I'm perfectly fine, thank you. I've got a tough noggin. Just ask Vasquez. Or... Never mind. Huh. Hmm. Hmm. Ha ha ha! Perfectly fine, huh? Huh. Huh. Huh? Huh? You're not as useless as I first thought. I mean, when I first saw you guys, I thought, wow. No wonder Hyperion isn't what it used to be. Heh. Well, I guess you're not so bad yourself. Thanks. Heh. You know, when I first saw you at the deal with, uh, Nose Ring Boy, I thought, uh, these two don't know what the hell they're doing. You weren't wrong about that. Were you two close? No. But he thought we were. August was a mark. Nothing more, nothing less. Ooh. Nothing less? I don't know why I said that part. I felt like I was supposed to. You spend a certain amount of time with someone. You get to see a side of them you might not have been expecting. Oh. Right. So, what you're saying is he was really into guns. Exactly. Wow. Yeah. It's just so... Romantic. What was that? Huh? That was... Yeah. Didn't say anything. What'd you just... What'd you just say? I didn't say anything, no. I definitely heard you say something. Nope. Didn't... Not as... Oh, hey! What's that a thing? Maybe we should... Yep. This is the... This is the thing I was... Pointing at. Okay. We are pretty high. You have a problem with heights? Sometimes... It's mostly when I look down. Well, then, don't look down. Yeah. Don't be scared. I won't let you fall. Okay. Come on. I believe in you, Reese. Wow. You made that look really easy. Well, that's because it is. Right. Okay. Okay. Go time. Okay. Yeah. That was... Totally not scary. If you thought that was scary, you should try... Let's go! Oh, oh. Schlechte Idee. Ja, happy fun times with Athena. Ähm, die werden wir haben. Und wir. Wir sind gejinxt, Renji. I'm all right. Don't look down. And don't puke on me. No promises. All right, all right. Just stay calm. You've got to climb up. Robot arm stronger than regular arm. You're doing great. Überraschend, dass der Roboterarm stärker ist als der normale. Komm schon. Sklebe faster. I'm going as fast as I can. It's gonna go. Hold tight. Fangen wir jetzt wieder von vorne an? What? Just... Hold on, okay? Gib Gummii! Hey, ich drücke echt schnell, ne? Denise, ich lasse mich. Es ist kein Weg, dass du das mit mir aufhören kannst. Nein. Nein, Sascha. Ich lasse dich nicht. Du musst mir vertrauen. Ich werde uns davon rausziehen. Es ist okay, Ries. Sascha! No! What the hell? Wow, wir sind wirklich... Oh, wir sind... Oh, wir sind... Oh, wir sind... Du wirst sicher wissen, wie es sich dramatisch macht. Ich meine... To be fair, du... Du hast gesagt, mir nicht zu schauen. Well, du kannst jetzt aufhören. Ja, okay. Das ist so... Okay, du kannst aufhören jetzt. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Ja, du kannst aufhören. Oh, wir haben es geschafft. Ja, du kannst aufhören. Ich dachte, du warst... ...sacrificierst du dir so. So, ich... ...could survive. Nein, ich würde das nicht machen. ...und nur... ...und nur... ...mehr von hyperbole. Also, richtig. Die Tourette-Kontrollen, die wir nachher müssen, sind zurück da. Ich glaube, wir werden die scenische Route nehmen. What the hell? Richtig gut. Jetzt sind wir bei den Fun Times mit Athena. Ja... Ja... ...und nur die... ...und... Oh, komm, du kannst mir nicht, du bist nicht verweigst von diesen, ... wie du bist? Wie, du bist? Wunderschöne Vistas und riesige Verwaltungen hier oft gehen hand in hand aus hier. Ich sage, das ist jemand, der in der Mühle war. Komm schon, das Gordis Upgrade ist so. Hm, war es so supposed to look like this? Killerpflanze. Klingt schon so freundlich. Warum gehen wir da so nah dran? Was zur Hölle ist das Ding? Das ist eine Möglichkeit. Was packst du? Das kleine Schlapppistole? Du brauchst mehr als das. Was packst du? Ja, das war's. Wer über die Pandora geht mit einem Schlapp, der nur eine Schlapppistole? Felix hat die Training-Wheels auf das Ding. Er hat dich zurückgebracht. Was war er Angst, dass ich mich verletze? Da, keine Elemente. Und wenn du Angst hast, über die Schlapppistole... Wow. Let's rock. What's that? Obviously, it's a bullet. I mean, why are you looking at it like that? A backup plan. Only for emergencies. It's your lucky bullet. Everyone has a bullet out there with their name on it. If you're lucky, the one you got there is yours. So keep it close. You don't want it coming back to you. So, now I... Now you take it down. Ah... Ehm... Pflanzen? Eigentlich würde ich auch Feuer sagen, er ist ja kein Roboter. Er sagt, er hat kein Schild. Also... Feuer! Ach, nutze die Farbe der Frucht, jetzt sehe ich es erst. Okay. 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 Um... Was ist nicht so schwer, war es? Ich mag nicht die Konfrontation. In case you haven't noticed, I'm just a con artist. It doesn't mean you can't be a vault hunter. Come on, the sooner we can upgrade Gordis, the sooner we can leave. Oh, this thing is actually kind of cute. I mean, for Pandora. After a while, you just sort of feel like you've seen everything, like you can't be surprised by anything anymore. Ah, something so delicate, hidden away. Wir sind charmant, oder? Okay, so I'm going to stick this on your head. And please don't stab me. Okay. And there you go. Oh, thanks. How do I look? Pandora. What the hell is that? No. This is why we can't have anything nice. Red means bad, right? Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Äh, Bruce. There's no power. Hang on. I think I can jumpstart it. Oh, good. This is slow too. Großartig. This is weird. There. What the hell? I thought Reese was taking care of this. You can handle this on your own. Oh, crap. Hi, Janie. Athena? Where are you? Go on. Darling. No, no, no. Don't you darling me. And don't let me slow down any murderous rampages you might be on either. Springs, it's not like that. I'm not killing anyone. It's just that protection job. Uh-huh. I know that. Well, try not to risk your damn neck too much. You're rusty up than you used to be. Only because you made me quit. Funny. Doesn't seem like it took. Hey. I'm really sorry about that. I hope I don't get you in too much trouble. Let's just keep moving. Looks like this piece of tin could probably be popped right off if we yanked hard enough. Ideas? Es wird ja wohl kaum mit unseren Augen aufgehen. Oh, es ist ein anderer Retina-Skanner. Well, das hat nicht viel gemacht. Nee. Ach komm, als ob dieses Ding mit unseren Augen aufgeht. Oh, hang on. Ach ja, richtig. Wir haben noch die... Is that an eye? Warum haben wir das noch? Warum hast du ein Eye in deinem Pocken genommen? Ich dachte, es könnte in Hand kommen. Willkommen, General Pollux. Siehst du? Es kam ein Handy. Das ist so wunderschön. Du hast es umgebracht, das ist das wunderschönste, was ich je gesehen habe. Und ich habe es viel gesehen. Es ist nicht so. Oh, mein Gott. Ja. Ja, es ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir dieses Auge noch haben. Das ist schön. Ja, ein guter Treffer. Lass uns das holen und gehen wir. Okay. Oh, wow. Okay. Alles, was du tun musst, sollte du wahrscheinlich schneller machen, als du planst. Ja. Deaktiviere die Wachgeschütze, verwende die... äh, ich hab's nicht gesehen. Drücken zum Initialisieren. Okay, das sollte leicht sein. Es braucht nur die Kürze für die Sicherheitssysteme. Und das wird... shut it down? Rhys, was machst du? Ich werde besser machen. Was genau machst du? Ich versuche, um die Sicherheitssysteme zu spüren. Es gibt viele verschiedene Systeme hier. Siehst du das Symbol in der Oberlinie reine? Das ist das, was ich für mich. Ich sehe nichts. Oh, genau. Das ist, weil es in Echo Eye ist. Okay, was ist das? Ich muss einfach über diese Dinge gehen und sie sind nicht... labelt. Und es ist... hart. Okay. Sind du, äh, fertig zu tun, dein Ding zu tun? Nun, du siehst mich arbeiten, richtig? Ich gehe so schnell wie ich kann. Komm mal, wo bist du? Nein. Nein. Nein, war er nicht. Nein, er war nicht das von oben. Ähm... War er das hier? Ja, ich glaube schon. Das könnte passen. Nies. Letzter Hockey. Hier geht's! Oh, Scheiße. Sascha, schau mal an das. Er ist ein... Atlas-Scientist? Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist auch nicht gut. Oh, das ist auch nicht gut. Oh, das ist auch nicht gut. Nein! Don't worry, buddy-boy. Ich nehme das Rad für ein paar. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, Jack will uns am Leben halten. Weil sein Leben damit verbunden ist. Bis es aus der Energie läuft und wir werden zu sterben. Ja! Wenn ich es richtig bereite, kann ich durch das Feuerwehren gehen. Nein! Nicht auf meiner Seite. Ich mag deine Hoffnung, aber... Ich glaube, wir haben es. Grab die Gordes-Upgrade. Schaut! Wow. Ich glaube, das ist die Energie, Scheiße. Any idea was das? Es bringt uns einen Schritt näher zu einem Vault. Das ist gut. Wenn das ist, wie ein Vault-Hunter ist, ich glaube, das ist das, was ich will. Was machen? Du hast ein Potenzial. Aber real Vault-Hunter? Es ist eine Leidung. Es ist eine Leidung. Es ist bereit, um alle deine Beziehungen zu besuchen. Tschüss. Komm schon. Wir kommen das Ding zurück, damit es kann... ... was es tun kann. Das ist das, was du hast? Ja. Oh, Mann. Okay. What are the odds that you'd find that piece, just as Fiona told that part of the story? Just lucky, I guess. Sure. Lucky. Uh-huh. Hmm. What do you want with that thing, huh? Clearly, you know what happened. If I knew everything, you wouldn't be here. I'm saying I would have killed you. Yeah. We get it. Okay. You've returned. And with the goddess upgrade, no less. Huzzah! I take it that you'll be on your way then. No point dawdling in a crubby rundown facility like this. Time must be of the essence, isn't it? And you need to be off to the next part of your adventure. You do realize we're still waiting on two more. Yeah. We're not about to ditch our friends. No. Right. Of course not. Well, perhaps I should be the one to leave then. Woo! God! I forgot how great this feels! Oh! And it's good to see you, kiddo. Ooh, old iron abs over here! And here I thought you were just a dweeb! But no! You're a buff dweeb! Rhys, what's wrong with you? Oh, don't worry, sweetie! Sweetie? I just gotta be me, baby. You know, this me. The me that I am right now. Athena! Have I got something for you? Ooh! You're gonna be so happy. I doubt that. Let me finish, huh? Let me finish. You see that old scared-looking guy right there? Come on with your hand. There he is. All right. That is the last Atlas employee left on Pandora. It's... it's true. Well, what are you freakin' waiting for? Kill him! Shut up, Rhys! I'm sorry, I'm sorry. I got a little carried away there. Brrrr! Won't happen again, cupcake. What the hell was that? I... might... have an idea. Yeah. Zum Glück haben wir, woran das erzählt. You lying Atlas scum! Whoa, whoa! What are you doing? We're filling an obligation. Why is everyone so excited? What's happening? I knew this day would eventually come. You sure took your time. Well, your weight will soon be over. So who are you? Really? Cassius. Dr. Cassius Lucleman. I ran this facility. As far as I'm aware, I am the last remaining Atlas employee on Pandora. And you're the last to die. Wait! Why are you doing this? Because... Because Atlas... ... tricked me into killing my own sister. Okay? What would you do, if that happened to you? I'd burn everything to the ground. The only thing that kept me from doing that, was focusing my anger. To rid the world of Atlas. To avenge my sister. And that is why I have to kill you. Athena, stop! I can't! You don't understand! I made a vow! You didn't make that to her. You made it to yourself. And you're acting like there's no choice. You don't have to do this. I am sorry. For what happened to your sister. Thank you. No! Quiet! No! Oh crap! What was that? Athena! Oh no! No! Fiona! You have seen, who that was, right? I didn't see anything, right? Oh! Why does my face hurt? Good morning, Dick Cheese! Have any good dreams? See, I tried to think real hard about doing somebody who looks just like your mom. So let me know if that bled through at all. Hey kid, remember me? Grab him. So, where's Gordas? Now you all have a habit of making me ask twice. I'd knock that off if I were you. Oh, piss off. One for these jerk bags. I would yank that rocket launcher off your shoulder and just smack you with it. Sounds fun. Let him go. Ow. Is that my Gordas stuck in that loader bot? August. I got it. Are you sassing me, son? You said get it, and I said I got it. How's that sassing? It was your tone. One. My tone is of a person sick of chasing these assholes. But like I said, I got it. This is an outrage. Let me speak to your manager. Well, this looks bad. I'm just gonna go ahead and hang out in the back of your brain in case it somehow doesn't get the crap killed out of it. Peace. I am become paid. Oh, ey. Das können wir noch nicht machen. What in the... Damn it. Get... What... Get off of me, you little psycho. I'm free. What do I do? Run! Okie dokie. What do you think you're doing? I don't know. I got this, Reese. Get Gordas! Ja, want a bisschen abhängen, wa? Ähm... Yeah, Denroy. Brick. Ich denke auch, das ist Brick gewesen. Nein, wir haben ihn nur ganz kurz gesehen. Aber ich glaube, das war Brick. Definitiv. Hey, Reese! Over here! Oh, your friends can't hear you, girl. Oh, no, wait. Where's the... Are you looking for this? Ach, come on. Guess you must have misplaced it. Now, I don't know what this thing is, but you obviously want it. And that kind of makes me obviously want it. You know what I'm saying? Aw... You don't like dad. If only you weren't tied up. Maybe you could do something about it. Hm. That's a damn shame. Whoopsies sucker. Ja, doch, denke ich schon. Was ist das? Siehst du etwas? Willst du mir einen Moment, Mann? Verdammt. Ruhig, Mann. Mann, mach den Busch und wir werden damit fertig. Ich will nicht angustet werden. Ich bin der, der angustet wird, Mann. Was ist dein Problem? Was? Ich nehme deinen Schrauben. Was? Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Sogar noch eine gute ein, zwei Sekunden bevor die Cutscene losging. Aber wir müssen ja noch mal das obligatorische Game Over nachholen, glaube ich. Feuerblitz oder Säure? Feuerblitz oder Säure, Leute? Feuer wäre das Sinnvollste? Meiner Meinung nach. Hey, Reese, hier! Oh, deine Freunde können dich nicht hören, Frau. Oh nein, warte. Wo ist die... Du schaust das? Ich glaube, du hast ihn verpasst. Nun, ich weiß nicht, was das Ding ist, aber du hast es natürlich gewonnen. Und das macht mich natürlich gewonnen. Weißt du, was ich sage? Ach so, nicht, dass er irritiert ist. Also noch mal Feuer. Ja, ja, die pissen ja... Die haben die Pistole nicht. Hm. Woopsies, sucker. Was? Du denkst, dass wir dumme oder was? Was? Das ist kein Mensch, der sich auf mich wiederholen. Ich bin glücklich, dass du so gut fühlst. Ich bin wirklich, wirklich. Das wird dich so viel schlimmer sein, wenn ich wieder frei bin. Hm. Okay. Also Feuer. Dann Feuer hier. Und alle ab. Und ab. Und Schwung. Und Pistole. Und Feuer. Und Feuer. und schau mal hin. Jetzt komm weg. Ja. Oh, Scheiße. Oh Scheiße. Ähm. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Bam. Und. Und noch eine. Spear. Und Armbrust. Ohohohoho. Äh, äh, halt. Wuhh. Oh, ja, 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 ja. Ah, ah. Ah. Wow, that was horrible. Mhm. I'm so nauseous right now. Face me. Athena? Sounds like she's in trouble. Ah, was. Greetings. Have you seen Kortias? Ja. 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 Okay. Athena ist ja bei Brick offensichtlich. Okay. 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 behind it. Okay. Yeah. Yeah. M舒服. Aha. Okay. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Sosha! Ähm, ja? Halt an etwas! Wuhu! Alles klar, genug von diesem Schiff. Loderbot! Affirmativ! Schau dir selbst, Loderbot! Wir brauchen ihn vielleicht noch. Beste Idee. Haha, bist du ernsthaft? Was, hast du dich aus dem Weg von einem Schiff? Ich muss nur meine Arme etwas und... Oop, ich schaue wieder auf deinem Gesicht! Du bist so ein Scheiß, August! Oh Gott, das will! Oh Gott, das will! Oh Gott, das will! Oh Gott, du bist aus deinem Gedanken! Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich dachte, Mann, ich sehe jetzt schon ziemlich dumm. Gute Bewegung, Sascha! Ja, ich weiß! Gordas! Gordas! Ich meine, er muss ja nur ein bisschen langsamer fahren. Er ist da drauf. Jemand? Jemand? Loderbot? Ich habe das Gefühl, der halbe Loderbot ist schneller als der ganze. Ja, offensichtlich. Die Beine sind ja auch so schwer, glaube ich einfach. Warte? Upgrade! All this nonsense for a piece of... Wuhuuu! Wuhuu! 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 Wuhuuu! Wuhuu! Wuhuu! Wuhuuu! Wuhu! Wuhuuu! Wuhuu! Ich will dich nicht töten, Frau. Das ist nicht verletzt. Geh weg und ich lasse dich leben. Der erste Sniper! Geh runter! Geh in die Koffer und find seine Position! Mordecai! Mordecai?! Wer auch sonst! Wer auch sonst! Mordecai! Was? L.A. aus für eine Aktion wählen? Achso, ich hab wieder... Der gute Mordecai! Der gute Mordecai! Hehehehehe Hehehehehe Wohhh Wohhh Oh, das wird Spaß! Ich denke... Ich denke... Was? Was? Das ist eine Schlammste! Hey! Wie wenn die Leute noch versuchen zu töten? Was können wir tun? Außer wenn sie nur noch zu töten? Ich glaube, die Option ist weg. Das ist einfach, das ist weg. Du musst weg weg. Okie dokie! Das ist, die Kavalier waren hier. Zeit her! Oh, nein, du gehst nicht! Na doch, sie tut. Und. Gut gefangen. Boing. Not really. Oh Mann ey. Wer denkt sich den Scheiß eigentlich aus? Wer denkt sich den Scheiß. Wer denkt sich den Scheiß. Wer denkt sich den Scheiß. Das ist wie du es machst. Schau mal raus. Schau mal raus. Schau mal raus. Hey, nothing personal lady. I promise. That was close. Oh no. This is gonna be bad. Here comes the pain train. Woo woo. Woo woo. Ouch. Klung. Die Olle vida. Gotcha. Woah. I never thought of you as the caring type Athena. Athena. Move. No. Oops. Das Ding ist offenbar ganz schön schwer. Das Ding ist offenbar ganz schön schwer. aus. Wait. Offenbar ist die Waffe wirklich richtig schwer. Tell me where it is before more of your friends get hurt. Starting with this hunk of scrap right here. Okay. Okay. It... It's there. On Helios. So, the suburban life just wasn't cutting it. You've left your old boring life behind and are ready to set sail for new horizons. The Hyperion Corporation welcomes you to Helios, your new home above the clouds. On Helios, you'll find a world of new opportunities. You'll see the galaxy as the pilot of your very own cruiser. Or even become a valued member of our custodial concierge team. All of this is made possible by hiring the best people in the business. And that makes you the best. So, are you ready to begin your new life here with Hyperion? Of course you are. Because at Hyperion, we make your life. Period. Reese? Wir haben ja gleich noch einen Abspannen, bei dem wir sprechen können. Ähm... Gigi Well Played ist vermutlich eher... Gigi Well Watched. Ähm... Gehen wir mal ganz kurz die Entscheidung durch und dann haben wir den Abspann, um ein bisschen darüber zu diskutieren, was in dieser Folge passiert ist, in dieser Episode. Also wir haben mit 59,3% Ähm... Athena davon abgehalten, Cassius zu töten. Ähm... 65,6% der Spieler haben sich von Valerie aufhelfen lassen. Okay. Hat ja auch erstmal... Hat ja auch erstmal... Hat ja auch erstmal... Wir hatten ja noch keine... keine Begegnung, glaube ich, mit ihr vorher. Ähm... Du und 37,3% der Spieler haben es abgelehnt, mit Jack zu arbeiten. Okay. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Äh... Du und 75,5% der Spieler haben Sascha die Blumen gegeben. Das habe ich gedacht. Und du und 95,2% der Spieler haben sich geweigert, Sascha loszulassen. Das ist... viel. Auch nicht so überraschend. Aber dass es 95% sind, ist schon hammerhart. Ähm... Wie ist dein wertes Wohlbefinden, Dave? Ja, mir geht's gut. Danke. Ähm... Du hoffentlich... Die hoffentlich auch. So. Okay. Ähm... Es wird eine Menge passiert. Wir haben Gottes, äh... Reanimiert. Wir haben ihn geupgradet. Wir wurden verfolgt. Wir haben Brick und Mordecai gesehen. Die beide gegen uns arbeiten. Das ist scheiße. Die Auftragskillerin scheint für uns zu arbeiten... Für uns zu sein. Für... In unserem Team zu sein. Und ich habe einfach nicht schnell genug das mit dem Schild zu werfen gelesen. Deswegen habe ich einfach nur gesagt... Renn weg. Beweg dich. Ähm... Ich weiß aber nicht, ob es was gebracht hätte, hätte ich ihr das Schild zugeworfen. Kann mir nicht vorstellen, dass das Ende dann so stark abgewichen wäre, dass... Sie quasi nicht getroffen wird. Ähm... Aber ich kann es ja jetzt nicht mehr einsehen, leider. Ich habe mich gefreut, Brick und Mordecai zu sehen. Ich habe mich natürlich weniger gefreut, dass die uns an die Gurgel wollten. Krass! Ja, und das letzte Upgrade ist offensichtlich auf Helios. Ähm... Da werden wir dann vermutlich in der nächsten Episode hin. Hat er irgendwas... Zu dem Ganzen beizutragen? Von den Leuten, die jetzt alle mitgeguckt haben. Und diesen ganzen Quatsch mitgemacht haben mit dem... Zwei abgestürzten... Streams. OBS, ey. Halleluja. Zum Glück ging das jetzt zum Schluss relativ gut. Aber am Anfang war ja... Vor dem Neustart war ja doch echt anstrengend. Irgendwelche... Ähm... Anmerkungen, irgendwelche Ideen, irgendwelche Sachen, die ihr vielleicht beitragen wollt. Zur Diskussion in den Raum werfen wollt. Irgendjemand? Krass! Holy, holy cow. Leider alles verpasst. Ja... Du kannst es dir auf YouTube anschauen. Äh, da werde ich alle drei Teile, die wir hier, äh... Aufgenommen haben, weil... Jetzt hast du auch nicht mitbekommen. Uns ist der Stream quasi zweimal abgeschmiert, weil mir OBS abgeschmiert ist. Bis ich einen Neustart gemacht habe. Ähm... Das war ein bisschen ätzend. Ja, schlafen ist auch gut. Hat noch irgendjemand was beizutragen zur Story? Weil, ich meine... Was könnte als nächstes passieren? Ich meine, wir müssen ja offensichtlich da hoch. Und das letzte Upgrade finden. Und ich gehe mal davon aus, die Vault Hunter werden da auch hochgehen. Ähm... Also... Das wird noch interessant, glaube ich. Ähm... Tja... Tja ja... Tja ja... Ich sehe... Die... Allgemeinheit ist eher... Ruhig. Ist zumindest nicht ganz so ein krasser Cliffhanger wie beim letzten Mal. Dennoch würde ich gerne wissen, was als nächstes folgt. Gut. Wenn... Niemand mehr was zu dem Ganzen beizutragen hat. Ähm... Sehen wir uns in den nächsten Stream dann die nächste Episode an natürlich. Und, äh... Versuchen diesmal ohne Stream-Abbrüche da durchzukommen. Ähm... Ich schicke euch weiter zur guten Kiba. Lasst dort mal liebe Grüße vom Gamepad Empire da. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Ähm... Slash... Post... Kiba... Seasons. Ciao, ciao!